Für die Nummer 7 Besiege alle niemanden Wow Wow How to do not an announcer Digimon Rumble Arena Ich werd nicht dafür bezahlt, das hier zu machen Oder nicht genug Ja, so ein etwa Ich werd genug bezahlt, um es zu machen Aber ich mach es nicht enthusiastisch Ich mach es nicht, weil ich es möchte Was ist das denn? Was bist du für ein Digimon? Bist du überhaupt ein Digimon? Du siehst nicht wie eins aus Gabumon, wir haben Gilmon Überwiegend Gen 1 hier Einer aus Gen 2 und einer aus Gen 3 Und das Ding hier Was ist das? Das Ding sieht nicht aus wie ein Digimon Wieso ist es Gomamon? Gomamon, das ist der Digimon Ja, wir nehmen mal Gomamon Keine Ahnung, warum wir das machen sollten Wir tun es einfach mal Ah, geil Ah, geil, ich kann mal endlich Ja, aber warum existiert Gomamon in diesem Spiel? Das verstehe ich nicht so ganz Wann hat man jemals gesagt Alter, wir brauchen Gomamon Jako, aber Gikakumon Das ist plüschig Marschierende Fische Geil, ich spuck Fische Hat er weggeslappt Okay, so springe ich Slapping Slap dich Todescombo Nein Xyldin hat sie No Oh mein Gott, es ist ein Es ist wie ein Smash-Klon Ich kann digitieren Alter Wie der mich aufspiked Body-Slam Horn-Attack Spieß dich auf Oh nein Die Fett-Sessel wurde gefangen Aber genau Und sie wird sich nicht befreien können Total überraschend Jesus RIP Xyldin Oh, geil Ich bin ja dann tatsächlich doch gar nicht so cool Hat sich von der Prozessin aus Tor Ich bin Tor Digimon Ach, jetzt sehe ich die Energie erst Bring dich um Alter Wenn du einmal im Lied bist Ist ja voll und so unfair Alter Ich hab das Gefühl, ich hab die Digitation in ihn reinge... Das ist ein bisschen... Ein bisschen krass Ich wusste bis heute nicht mal, dass es einen zweiten Teil davon gibt Und meine Güte ist es merkwürdig Es gibt Kombo... Kombo-Finisher Ich hole mir das mal, Xyldin, während ich die Ausweiche Alter Komamon, macht euch alle tot Oh, danke, Gooby Ihr werdet gleich alle sowas von gelachst Okay, D-Stage sieht mega cool aus Ach, du Scheiße Fische Ich stirb Oh, fuck Ach, da kann man stehen Wie klickt Agumon denn? Au Game on Okay, cool Moment Seht nicht Ah, scheiße Aua, aua Aua Ich brenne in meiner Blase Am I dead? Wo bin ich? Da bin ich Aua Es ist an sich echt ein Smash-Klon Das macht mal gut los Ich find's Ich brenne immer noch Geht das auch mal weg? Okay Alter Lässt du mich in Ruhe Marching Fishes Marching Fishes Aua, aua, aua Aua, aua, aua Aua, aua, aua Aua, aua Könnt ihr euch wiederbeleben? Ich bräuchte euch mal Nein Alter, was ist das denn? Todesargumon oder was? Und was bringen diese Kugeln? Oder doch nicht Oh, 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 oh Marchierende Fische Sleepy time Sleepy time Was? This game confuses me Aua Ouch Was zur Hölle? Der Announcer, ne? Der geht mir so auf den Sack Extra Life Ja, stimmt Sie ist noch keine Prinzessin Oh, boy Boah Das klingt jetzt Ob er sich den Schädel bricht So Und weil es so schön ist Wie kann ich runter? Ist das Grab? Ja, das ist Grab Ich kann doch Pfff Dieses Spiel ist retarded Ach, ne Man, wo ist das denn? Fretico Iron Fist Alter Das ohne Tod Ähm Ich musste nur zweimal auftauchen Man kann auch so digitalisieren Das ist interessant Ach, abgestocken Alter, warum ist Gomamon ein Ding? Das sieht doch aus wie so ein Gangster Gomamon sieht aus, als würde er dir gleich wegen Schutzgeld hier in die Fresse einschlagen Ach du Scheiße Ich weiß nicht Beim letzten Stream wurde mir gesagt, Mickey zählt nicht als Tod Weil ich den Kampf nicht nochmal neu machen muss Ja eben, du machst ja da weiter Also wenn du dann mit Mickey stirbst Dann ist es ein Tod Naja, mit Mickey sterben Dann Mickey Die regeneriert dich ja Auch wenn er Wenn Mickey halt praktisch auf einen KP fällt Dann Äh Regeneriert er dich Ob die Leiste jetzt voll ist oder nicht Äh Digimon World kenne ich jetzt tatsächlich nicht Komm, Biest Geh ran Das ist meine Überwie... Alter, das ist meine Strategie jetzt Ich warte ja einfach und verschmeiß Leute mit Fisch Alter Meinetal Cheesums Bell furry confirmed Geil Auf Fische Au Auf Ach, das ist ein extra Lebensuch Das wird ja mal besser hier Ah Bleib ich jetzt die Kakumon? Oh, bitte Nein, ich bin wieder Goma schlecht Oh Fische Marschierende Fische Aua Alter, der rastet Die rasten jetzt alle aus Meins Ach Da kommen jetzt meine ganzen Kappas Schön Extra Life Hab ich gerade... Alter, ich hab das Leben aus ihm rausgedroschen Die Sache ist, sie benutzen wahrscheinlich sowieso dann nicht die Originalversion, sondern halt ein ähnlich klingendes Musikstück Alter Alter Fick dich Steck dich ab, Mann Bring euch alle um Boah Ich muss ja leider gestehen, das Spiel ist irgendwo ziemlich hype Oh nein, ich will nicht sterben Oh, ich will nicht sterben Ah Hallo, Mojo Kein Problem Dafür doppelstreamen wir ja, damit die Leute gucken können, was sie wollen Eben Mit demselben Content Also halt Mit denselben Leuten Basically Mit denselben Verspassen Oh, wieso ist dieses Spiel an sich so Hype? Gib doch mal I bro Mah ratio Och Fox Jesus Alter, vor allem der Bodyslamm von dem Dicken Ding, ne Oh, der Tag! Die Kakumon rastet. Oh, fuck. How do I... Oh, ja. Oh, ja. Destroying. Danke für die Blut. Das ist nicht euer Ernst. Von Tentowals und Smugdance. Wie dumm ist das denn? Alter, kommt einfach so ein Scheißding von oben und squischt dich. Wie blöd ist das denn? Oh, Kraft, Bolzen und Schutzengel. Das ist fancy Shit. Ach, ne, die Mugre übernehmen sie. Oh, Expertenring. Gerne. Alter, ohne Scheiß. Der Announcer, der kann sich hier straight wegficken. Ohne Scheiß. Der macht einen schrecklichen Job. Was war das denn? Was hab ich denn da geile nicht bekommen? Expertenringer gibt einfach nur 6 AP. Ja, gut. Aber wenigstens hab ich den einmal hergestellt. Exit hat jetzt schon 3. Das bleibt die Parkierte aber hier schon mal rein. Mark LX2 hat es übrigens nicht toll. Ja, vor allem. Ich hab Burmarmor genommen. Wieso wundert es mich, dass der scheiße ist? Ich hab ja rausgefunden, wie Multitritch funktioniert. Gerade zwei Streams gleichzeitig. Ja, ähm. Rin Mei Mei, ich geb dir mal kurz Permission. Und dann kannst du den auch beim Nehmer kurz reinposten. Äh, Moment. Nicht posten, solange du nicht da Permit stehen hast. Permit, äh, Rin. Marging Fishes. Nee. Nee. Ach, nee. Groß M. Nee. Nee. Nee, so müsste sein. Oder? Vielleicht mein, mein Ding ist gerade gar nicht drin. Shit, wo ist es? Mein Nightbot. Doch, Nightbot ist drin. Ist doch aus dem Agramit oder nicht? Dammit. Wie hat der nochmal? War doch aus dem Agramit unter dem Namen oder was? Hab ich dich falsch geschrieben. Ich weiß nicht, irgendwie hat das mit dem Nightbot nicht so ganz mit dem Nightbot. Ähm. Ist okay, ist okay. Aber ich versuch das bald rauszufinden. Alter. Oh, das fliege einfach nur Orbs. Oh. Alter, ich prügel diese Orbs euch alles auf euch. Das ist mir scheißegal. Oh, yes. Pseudomon. Scheiße. Weißt du, da bist du mal ein cooles Viech und auf einmal... Ah, aber ich fall nur einen Teil zurück. Okay, I see. How can I... Ich will doch nur hier runter. No hard attack. What? Ey, wie unfair. Ich probier's jetzt nochmal. Eigentlich hätte das so gut kommen müssen. Ach so, dann... Ich wollte nur ganz sagen, he is fucking dead. Was ist Flame-Mon? Es ist das eine unerklärbare Ding in der Mitte gewesen. Da, da ist es. Ich mach jetzt einfach mal... What? Secret-Mode? Nee. Bin Mei-Mei, keine Ahnung. Es funktioniert gerade nicht. Ich kann gerade irgendwie meinem Night-Bot nicht sagen, dass er Leute nicht timeouten soll. Sorry, Leute. Wollt euch was Gutes tun, aber... Irgendwie fehlt's nicht. Das, wo zu Burning Greymon ist... Was ist das da unten? Was soll das sein? Okay, ich habe Geld für die Dokumente. Ein bisschen was. Cool. Geil Geld. Oh mein Gott. Ja, wovon aber... Wovon aber wahrscheinlich oder so die Hälfte allein fürs Tanken auch geht. Oh mein Gott. Leymond takes the lead. Leymond takes the lead. Leymond takes the lead. Oh mein Gott. Leymond takes the lead. Oh oui. Ups, da. Leymond takes the lead. Hm, Moment. Du kannst ja versuchen, den... Obwohl, Moment. Ich sehe den Link hier in meinem Chatty. Ich kann es so kopieren und wieder einfügen, so. Aber Mr. Schoschmann sollte es auch heißen, nicht nur Schoschmann. Oh. So ist richtig. Hinten, hinten dran. Was zur Hölle? Ähm. Pfff. This game, right? This game. Ähm. Ähm. Wollte ich denn jetzt nochmal? Ja genau. Stell dir mal vor, Gummamon wäre in der Serie so nützlich gewesen. So. Oh. Wir sind dabei. Oh nein, die Wirbelwindgegner, einfach irgendwelche Harzwolls und niemanden. Oh mein Gott. Wie? Der ist... Ich hab jetzt eigentlich meine... ...mein Counter runtergesetzt, ne? Oh mein Gott, why? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oh mein Gott, why? Irgendwie setzt sich mein Deck-Counter hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß ja, ob ich brauch da... ...kaff ich das anbiss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, mach ihn da. Oh mein Gott. Ich weiß, wir müssen nochmal tief in den Sinn. Ich weiß nicht, dass man irgendwas beschreiben kann. Klasse. Order Attack! Ähm... Es verrastet in diesem Spiel alles und jeder aus. Ich brauche das mal auch bei irgendwelchen Neuigkeiten. Ja. Order Attack! Order Attack! Weimon takes the lead! Weimon can Digibom! Weimon! Weimon takes the lead! Weimon! 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 Nein! Ich fick die Bombo! Weimon! 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 Was zum Fick! Was war das denn jetzt? So. Ein... Papagei, welcher denn ich hatte? Oh, ach. Sehr gut, wenn der... Obwohl, der dürfte nicht mehr leben. Ich wollte gerade sagen, wenn er die damalige Zeit miterlebt hat, aber... Alter. Das Game ist crazy. I love it. Gibt es auch irgendwelche super coolen Finisher, von denen ich nichts weiß? Ein Verboten des Bösen. Oh! Spooky! Wie lang geht diese Runde denn hier jetzt? Ist ja satt. Paul! Mal guter Laune! Alter! Alter! Hör bitte auf! Alter! 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 Wieso ist wirklich jeder einzelne Held gerade aus den Welchen einfach ein absolutes depressives Wrack? Ist halt so, ne? Aus dem Hollow Bastion hatten wir Cloud, hier haben wir Herkules, vorher war es das Biest. Alter, das Game ist verrückt. Alter, Sudomon ist irgendwie richtig scheiße. I just died. Bitte was? Was, what am I supposed to do? Woah, scheiße. Das ist mega Todesmon. Mein liebstes aller Digimonzen. Ich seh gerade, Andy, dein Bitglas ist ein Bierglas. Es ist ein Bitburgerglas. Ein Bitburger. Doch, ich bin im Überlegen für das vielleicht kleiner zu machen. Ich bin im Überlegen für das vielleicht kleiner zu machen. War der Meister Pulse? Was? Nextfigur. Jedes Mann ist schwächer. Was? Äh, du musst voll entwickelt sein, aber sie, nein, ist so gut. Alter, ja, aber das takes ja only forever. Aber wenn ich da mal entwickelt bin, bin ich Pseudomon und Pseudomon ist irgendwie trash. Das ist ein Pseudomon. Ja, ich merk schon. Hey, Auron. Können wir dir helfen? Nicht? Okay. So. Jetzt bin ich Ultra Digitiert. Ultra to red? Ja, oder? Auron wartet auf ihn damit. Na komm. Alter. F***ing die. So. I just killed him. Aber da ist er wieder. Was ist denn da? Blocken und dann Spezialangriff. Okay, warte. Oh, f***. Da lässt man Mini. Alter, das ist doch scheiße. Auf einmal ist das Spiel mega scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bsss. Opa. Ist die. Alter, ich habe den den Sack. Ich weiß nicht. Was ist das so? das ist so für ein system hier weißt du keiner gewinnt und die runde geht drei jahre ich dachte hier spawnen wie große gegner die auch keiner nicht speichern So, ich bin am überlegen, ob ich jetzt hier rausfordere. Können wir mal probieren. Damit jemanden zu treffen will take ages. Kann ich nicht hier was machen. So ein Daten-O-Ring wäre schon fancy. Fechter-O-Ring. So, how many? Okay, warte mal. Und so, was? Meinen ja dreimal. Warte mal, das heißt ich muss jetzt nochmal digitieren? Okay, dann. So, I need to digivow one more time. Wäre ja nur cool, wenn ich denn nicht jedes Mal fast bei Null anfange. Ah! Aha! So, wait, now I did it. Jetzt habe ich einen Punkt auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir doch mal. Das ist cool. Irgendwas gegen Sexion. Sexy, sexy. Burning Greymon. Besiegt von Gomamon. Welch eine Schmach. Das haben wir so im Anime noch nicht gesehen. Dein Buch hat übrigens immer die selbe Seite. Das ist voll langweilig. Weißt du, die normalen Runden sind ja noch total fancy und alles, ne? Aber die Runde hier, die kann sich echt sonst wo hinschieben. CPUs sind irgendwie nicht kompatibel genug, das hinzukriegen, was sie tun sollen. Aua. Alter, ich werde hier einfach zu Tode gekommen. Jetzt hat er mich erwischt. Oh boy. Ach, da ist er. Oh nein, falsch. Wieso geht denn das genau dann kaputt, Mensch? Muss man das echt bis drei Punkte machen? Können wir das nicht so ab der Hälfte abbrechen? Nein, 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 nein. Das ist schlecht. Geil. Super Anti vom Timing. Was ist das nicht immer? Wenigstens kann ich Ihnen gerade schön die Sachen abziehen. Aua. Ah, ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Rip, rip me. Ich bin tot blöd Anti vom Timing. Unwohl ist Anti vom Timing. Habe ich jetzt eigentlich meine... Elixiere, die ich mir gerade gemacht habe? Nö. Ich habe sie gerade auch nicht benutzen können, also von daher. Fuck it. Fuck so gut. Au. Mach doch jetzt. Oder just straight up kill him. Das geht auch. Okay. Ich glaube, ich muss mir mein Kombo plus und rausnehmen. Das muss doch irgendwie leichter gehen. Nein. Nein. Hat er nicht erwischt. Smash ist einfach down, äh, down B. 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 Ich will dich die Buchfrucht aus One Piece erleben. Ah, jetzt. Nein! Falsch! Nein, hab ich nie! Okay, alles klar. Aber ich kann ihn schaffen, also... Äh, ist nicht schwer. Alter. Yes. Yes. Das hier will ein Kranich? Das auch. Marching Fishes! Das geht nicht. Miiihihihihi! Boah, das Srexia. Ich muss das echtes 3x machen, das ist doch bescheuert. Nch. Weißt du, ich mach die Combo an ihm, aber er kriegt die ganzen Scheiß dafür, wenn er mal wieder fährt. Oh nein, leck mich doch. Ich will doch nur digitalisieren. Komm her. Du Lackaffe. Jetzt wisst man's nicht besser, könnte man rein vom Ton her glauben, wir spielen gegeneinander. Ja, ne? Jetzt komm aus deinem Buch raus. Ich hab ja von Büchern und Würmern gehört, aber du bist echt ziemlich tief drin. Er ist so richtig hart in der Story. Fick dich. Andy war auch noch hinsichtlich. Du Lackaffe. Eben hat's rein vor. Eben. Smash. Nicht der, kack hier. Nein, nein. Ich wollte ja bei dem anfangen. Das ist doch scheiße. Wer hat sich das denn ausgedacht? Guck auf die Verpackung. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Bandai. Geschmacklos, ey. Nein, ich will da hoch. Sag mal. Hörst du mir tanzen? Nein. Hör doch mal auf jetzt, du Fidu. Sicher, dass ihr nicht miteinander spielt. Hauptsache, unser Fidu. Alter. 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 Lass mich. Du Sack. Schlimm ist halt einfach wirklich, ich kann nicht mehr ordentlich hin. Oh mein Gott. Wie lange hat dieses einen Match gedauert? Was ist das für eine bescheuerte Art von Match? Oh, nie wieder, bitte. Hallo, Sense. Ich kann mir vorstellen, dass das Feuer sehr gut ist, aber ich hab ihn auch gerade schon fast gekillt. Ich muss nur noch halt den Finisher landen. Es ist nicht mehr, dass es schwer ist. Es ist viel mehr so nach dem Motto. Oh mein Gott, please make it end. Es sind trotzdem 46 Leute gerade hier, um sich den Kram zu geben hier. Wie Gommamon, shipwrecked. Raus mit dir! 60? Ach du Scheiße, es ist Lego. Habe ich? 800? Nein, ich wollte gerade Reflekt machen. Oh nein, das ist das nicht. Äh, der kackt schon wieder. 700, 800 Kilometer. Also, ich schopfe es locker. Einer? Von Lego geht es runter nach oben. Nein. NUNI! Raus mit dir! Oh Gott, danke für die Bits! Dann mach ich dich halt so fertig! Man könnte echt meinen, wir spielen irgendwie gegeneinander. Also, falls jemals jemand von euch fordert, eine Animation zu passen, wo die zwei gegeneinander irgendein Prügelspiel spielen. Ihr habt gerade die beste Chance, sowas zu kaufen. Warum Antifon jetzt? Mano! Alter, das ist die schlimmste Strolling-Stage, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Antifon, bitte geh weg! Ich kann mich gerade echt nicht gebrauchen! Ich kann mich gerade echt nicht gebrauchen! Aua! Was? Bin ich jetzt im Buch im Buch? Alter! Ja, leck mich doch am Arsch! Ähm! Ähm! Okay, genau! Ich krieg dich! Was? Was? Ich glaube, es geht ihm nicht so weit. Jetzt war ich! Was? Ich kann doch mal zwei Tage ohne Essen ausgehen! Ja! Ach, leck mich! Hat nicht funktioniert! Keks, das Problem ist, er redet nicht vom Essen, er redet vom Rögelstoff! Na! Alter! Wemon ist Bastet! Der macht den großen BMW-Tank, der muss betankt werden! Ich weiß nicht! Raus aus dem Buch! Alter! Verwalter! Ich sag, das ist die schlimmste Scrolling-Stage, die ich in meinem Leben je gesehen habe! Viel zu viele Bücher! Ne, viel zu schnell! Aber endlich sagt die ganze Zeit Bücher! What's the fun? Notierst du grad so genug, oder was machst du? Er digitiert! Andy digitiert zu! Ich brauch die Antiform! Ich nicht! Alter! Weemon! Fick dich weg, ey! Weemon! Ich hasse die Antiform! Na nie! Ich glaube, er hat die Antiform hasst! Dich! Ja, das sowieso! Aber endlich hatte die Antiform! Ich will diesen NICHT! Alter! Fisch! ich hab dich zum buch gemacht mit dir ich hab dich aus dem buch ausgauen dann noch mal ich bin mega die geht hier so wie es aussieht ich habe eben kurz geleuchtet aus mit dir na jetzt krieg ich schon mal die mit formen dann mann also für alle dazugekommen sind ja die beiden spielen gerade sie muss man miteinander unterschiedlich gegen alle raus aus dem buch er ist nicht er frisst mich und guckt mich dann dumm an dieses buch war harte kost ich bin doch gerade erst wieder da ich habe keine ahnung was abgeht man wie du hast keine ahnung mach dich mal schlau ich hab ich habe ein buch gegessen den reiseführer ach du scheiße chaos waste es gibt verschiedene bosse das ist diabor mon oder geht gar nicht schade warum ist das ding nicht drin ist das beste das golden strahl ist das moment das ist nicht mal wo das ist nicht mal diaboro mon das ist hier dieses komische augenviech aus der vierten gen ja der war zuerst so der mega edge lord und leider gesagt so alter nee ich bin jetzt bin jetzt auf einmal ein guter mann dieser dunkle typ dieser der dunkle du kannst dich leute nach ihrer hautfarbe urteilen bibi nein es war es ist nicht und man es war der es war der krieger der dunkelheit ich weiß dass das buch was ich gegessen habe war mein kampf was ich gegessen habe wenn ich der linie das war dieser eine es gab doch später es gab ja in der vierten gen koji und queeji so und ja ne löwe mann war später die die gute es hieß löwe mon ne aber es heißt wirklich löwe mon so und das war ja später als er denn halt gut geworden ist und dann wirklich so ein richtiger digi krieger war und vorher war er ja irgendwie durch die dunkelheit so übernommen keine ahnung und da meint du meinst david nein noch nicht david das ist die zweite staffel hä wir sind in der vierten ich dachte über die reden wir nein ich hab gerade gesagt wir sind in der vierten staffel alex alter wieviel schaden macht ihr das war die staffel wo sich die menschen digitiert haben meine güte frontiers ich weiß gar nicht weil die vierte schlecht war frontschweine bitte was die vierte war die beste die zweite war die beste ja quasi danke bibi danke quasi echt seid euch in die ecke und vergoldet euch den popo die zweite und dritte war die beste überhaupt ja danke alex danke die zweite ok die zweite ja aber die dritte war trash as fuck nein nein die haben karten benutzt karten geben bei mir immer einen pluspunkt und sie hatten sonnenbrillen sie hatten filler charaktere und filler und cliffhanger und es war scheiße du bist ein fillerbie ja und und die vierte war geradeweilernische kleinsteller du bist ein filler boah der war der war gut moment moment der war gut der war gut oh alex der war verdammt gut ich hab damit nicht gerechnet das ist doch echt gut es ist krass passiert wenn ich dickerchen mache ja ich muss den so bekämpfen anders geht das gar nicht der ist anders unbesiegbar ich muss ihn quasi greifen und die stage runterschmeißen weil sonst ja ja nicht mehr ich muss auch nicht vor ja ich bin seit jahren nicht mehr ich bin seit jahren nicht mehr ja ich bin seit jahren nicht mehr alter wieviel schaden der macht ja richtig ich habe die serie geguckt aber ich habe fast kein einziges die weil toll wo es passiert ist aber auch da so die ikonen pokémon kann die das ist wieder so ein typischer fighting game boss ich sag sowas immer nur ungern aber sorry wir sind nicht mehr in der zeit wo er kate tatsächlich geld fressen ich meine er war da um ärsche zu treten er hat sich aber zb über sachen fragen stellen man kann nicht regenerieren davon das ist so unglaublich retarded das ist so unglaublich bescheuert hat das schön der kann sich da einfach draus weg teleportieren ist ja richtig teleportiere ich da ruhig wieder weg ja ist okay ich habe die überhaupt nichts abgezogen in der zeit ja ich kann mich nicht bewegen ich kann das spiel ist so dumm das ist so unglaublich dumm ist wieder so typisch nach dem motto wir machen den boss einfach nur assozial because denn jedes mal solche elendig lange lange zeiten der hat ja nur schmeiß ihn doch manchmal funktioniert das doch manchmal nicht schmeiß ihn doch komm her offenbar muss man dicht schießen anders geht das offenbar nicht komm her und jetzt in der lightcore-mission schmeiß ihn doch schmeiß ihn doch schmeiß ihn doch Der hat mir durch die Flanke immer ausgelassen. Input-reidende Hure. Okay. SS Leuchte, Mann! Er hat seine Birne endlich ausgewechselt. Alter. Okay. Das ist so Bullshit, ey. Fullscreen! Das ist so Bullshit! Lalalalalala! Das ist so Bullshit! Es eskaliert, oh mein Gott. Alle Leute sind bewirkt. Sehr schön. Ziel erreicht. Ach du Scheiße. Wir fliegen es wie so ein Schiff, Mann. Ich glaube, das ist sogar die Einstellung, die heißt bestimmt so. Helium Pitch! Helium Pitch! Die machen überhaupt keinen Schaden, ey. Kippt Tivo auf Südi! Das ist Tivo auf Helium. Das ist... Ah, ich gehe hier nach vorne. Kenn ich doch aber... Ehe! 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 Andy, das funktioniert nicht. Du kannst ja nicht selber wegziehen. Weißt du, so kann man ihn schießen, aber... Habe ich ihn jetzt gerade weggeschoben? Wirklich? In seiner Verwandlung? Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ich finde es schön, dass du stirbst, weil das Spiel scheiße programmiert ist. Du kannst dann einfach nicht wieder springen. Das ist super dumm. Au, 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 au. Ja, das sind Kampfspiele, da wundert mich das nicht. Aber das hier ist ja nicht mal ein Kampfspiel. Das ist ja einfach nur... Diese drei Moves, die jeder hat. Oh mein Gott, wie niedlich! Das war's. Superschnell, okay. Das war gerade mega cute. Nicht wirklich, nein. Gott! Das ist wirklich, wie das auch nur lustig. What, 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 what? Ich hab' einfach nur größeres Herz, zu viele Dinge. Ich bin durch diese scheiß Plattform geglitscht! Geil programmiertes Spiel! Alles gefixt, gar kein Problem. Das hat ihm gar nichts daraus gemacht, obwohl er M-Sprung war. Nice. Eine Kombo, fast tot. Du brauchst geistert zu versuchen, zu klingen wie Wester. Alter. Ja, ich kann in der Luft ja nicht blocken. Hi. Guten Tag. Tschüss. Wenn du fest dran glaubst, kannst du's verstehen. Ja auch, und werd mal zu nem schönen Fanfiction-Autor. Mach deine eigenen Geschichten. Das ist meine Fanfiction und du kommst darin nicht vor. Alter. Alter. Ist das die Outbound-Bestion? Ist das die Outbound-Bestion? Ist das die Outbound-Bestion? Alter. Man kann dich nicht verstehen, Alex. Null. I'm sorry. Okay. Ich hab ihn jetzt definitiv wegen Skill besiegt und nicht weil ich ihn gecheesed hab wie Explode ist. Definitiv. Okay. Nein. Das war purer Skill. Die Atari-Version ist ziemlich, äh, ungenau. Ne, meine Antwort war, ey, die ist Auron jetzt komplett zu Biapur geworden. Das ist meine Fanfiction, in der kommst du nicht vor. Danke für die Baits, Lucas. Ey, ohne Scheiß. Wäre das Spiel nicht so super dumm, wär's eigentlich richtig gut. Alter, why? Ich hab Duskmon freigeschalten, echt jetzt? Ich kann die Viecher freischalten? Oh mein Gott, ich will den haben. Ey, und wehe. Der ist jetzt nicht so overpowered wie den Dings. Hat grad einer von euch oh fuck gesagt? Ne, overkill. Overkill, ich hab oh fuck verstanden. Ich hab oh fuck irgendwas verstanden. Ja. Lord fuck fuck. Emomon. Flamon, du, das ist nicht... So hat die vierte Staffel nicht funktioniert. Um... Sie müssen dir erst noch ihre belanglose Entstehungsgeschichte erzählen und wie sehr sie ihre Geschwister hassen. Ich will nur mal gucken, ob der jetzt genauso broken ist wie... Ach, wie er eben war. Probably not. Bosscharacters sind, wenn sie selber spielbar sind, niemals so broken. Oh Gott. Baby. Oh, ja. Das war der alte Meldersuch von meinem Vater. Oh, er sieht... Oh! Ja, Alex, was denn? Meine, äh... Arbeitskollegin Zedina, die ist am Sonntag, auf Nachtschicht, später zur Arbeit gekommen. Dann hat sie mir nur eine Nachricht und ein Bild geschickt. Okay. Dann hat sie gesagt, ja, ich komm ein bisschen später und fragte nur so, ja, wieso? Meint sie, dass der Elbenfamilie über die Straße und ich will sie nicht überfahren. Deswegen warte ich jetzt, bis sie drüben sind. Oh, süß. Oh, das erinnert mich an die Story, die Dada erzählt hat. Irgendwo... Wo war das? Och, man. Es war hier auch irgendwo in der Nähe. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Aber auf jeden Fall war da ein richtig langer Stau, weil da ein fetter Schwarm auf der Straße saß und sich nicht bewegen wollte. Genau, wir haben einfach mal die Galaxien in die Sonne neu geordnet, damit sie so ein Sternbild mit einem Ort zurückkommt. Ja, klar. Den hat Phil trainiert! Den hat Phil trainiert! Alter! Ah, das ist der bullshit Detektor. Vergiss dich, Kleiner. Drei Worte. Vergiss es. Ich bin Ender. Okay, drei Worte um es zu annullieren. Fick dich hart. Du brauchst noch mal Situationskommeln. Das ist schon ein Dresswort. Das war dann einfach, um es mal ausgerüstet zu haben und benutze es jetzt. Weil es auch voll edgy ist. Du hörst den Nachbarn, man kann auch die Tür nicht einfacher zuziehen. Ach stimmt, ich muss ja Serberus noch einen auf Ömer hauen. Servus! 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 Okay, ich nehm definitiv alles zurück. Ja, geil. Der Dude ist... Wow! Wirklich! Dieser Laser ist so fucking... Busted! Ohne Scheiß. Jedes Mal, wenn ich diesen Laser höre, verstehe ich von dem Typen immer Death-Gay. Death-Gay! Todes-Gay! Death-Gay! Nein, den gehen wir an Majo Kazooie zurück. Hm? Den gehen wir an Majo Kazooie von Mad Monsters Mansion. Alter, schon wieder? Wirklich? An Mad Monsters Mansion? Das ist ein Grabenstein, wenn du da rein kackst. Und wir dir dann dieses Sack. Fuck you! Fuck you! Genau, ja. Death-Gay! Alter. Es hält nicht auf, aber es ist Death-Gay. Ich weiß, er sagt Death-Ray, aber ich verstehe immer Death-Gay. Death-Gay! Death-Gay! GAY! Warte. Ich hatte Kaffee, 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 Kaffee! Kaffee, 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 Kaffee! Kaffee! Und schwer zu behören. Kaffee, Kaffee! 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 Okay. And they are screaming in Unis... I'm done. I'm done with this one. Aber Alex, sag mal Was haben wir denn noch? Wann hast du Urlaub? Äh, ab... NIEMAILS! Moment, ich hab Wochenende-Mittagsschicht Das heißt, ich habe ab Samstag 22 Uhr Also hab ich Urlaub Hm, Keks Hm Hallo, nabend Was? Was? Was treibt ein Macker in der Zeit? Wann dann, wie, was? Ich hab grad... Ich bin grad mit meiner Schwester mit Karo am Schreiben Ne, verwirft den Gedanken, ich hab jetzt grad ein bisschen weiter gedacht, als ich wollte Wie ist das... wie ich Rumble in der 2-Filge...